Freunde, mein Aquarium sieht richtig schlimm aus. Einfach alles vollgekackt und voller Algen und das geht so nicht. Deswegen muss ich heute ein Aquarium laden. Ich musste dann erst in die Küche gehen, dann habe ich was gegessen und habe so eine Flasche geholt. Weil ich muss immer so Wasserproben abgeben. Und Leute, meine Allergie kickt richtig rein. Meine Augen sind so rot. Hab mir dann auf jeden Fall so eine Wasserprobe geholt. Und wer hilft mir eigentlich meine Möbel aufzubauen? Bin dann mit meinem Auto, Leute, ich liebe mein neues Auto, dorthin gefahren. Es war halt so heiß. Wie heiß war es heute bei euch? War dann noch im Friseurladen meiner Mutter. Und Leute, als ich angekommen bin, hat mein Motor so komische Geräusche gemacht. Und er war richtig heiß. Ich habe wirklich Sorgen um mein Auto gemacht. Auf jeden Fall hat der Typ mir dann noch ein paar Sachen erklärt. Und ich habe mir dieses richtig schöne Aquarium angeguckt. Hab mich dann umgeschaut nach Korallen und Anemonen. Und mein Wasser wurde getestet. Ich habe dann diese Anemone mitgenommen. Und jetzt Leute, ich richte jetzt alles ein und putze mein Aquarium. Warum?